Der Basti-Clip? Welcher Basti-Clip? Achso, oh mein Gott, ja! So muss man in die Bank reinkommen, Junge. Oder in die Tankstelle. Digga! Wir haben uns diesen Weg nicht gewählt. Digga! Man muss... Man muss es wirklich hundertprozentig wollen! Oder? Ja. Noch mal kurz meinen dicken Zinken angucken. Bleibt ganz cool einfach. Okay. Bleibt ganz ruhig. Gib mir die ganzen Paysafe-Karten. Ey, es ist so geil, wie Basti dieses Paysafe-Karten so betont und diese Waffe bewegt sich, also diese Hand bewegt sich genauso, als würde dieser Charakter das gerade sagen. Checkt ihr? Ganz ruhig. Jesus. Gib mir die ganzen Paysafe-Karten. Gib mir die ganzen Paysafe-Karten. Digga! Es ist so perfekt! Der Clip ist so gut. Bleibt ganz ruhig. Gib mir die ganzen Paysafe-Karten. Oh man, ey. Oh man.